Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Frisch geduscht, die Kate, hallo. Hallöchen, ja, tat gut. Willst du auch? Hast du mitgeduscht? Nee, noch nicht, ich hab ja noch Sport vor mir. Ach so. Ja, ich hab vorhin mal geduscht. Ja, hallo, Grüße auch dann. Ja, jetzt geht's hier um Filme in unserem schönen Kinocast und ich glaube, wir haben mal eine kleine Ankündigung, die machen wir gleich mal am Anfang, damit die nicht so ein bisschen untergeht. Der Kinocast ist tatsächlich offizieller Partner des internationalen Trickfilmfestivals in Stuttgart geworden. Wir sind da angefragt worden und es gab einen sehr netten Briefwechsel und ja, mal gucken, was daraus wird. Also das wird für euch natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann ein paar Sachen mit sich bringen, dass ihr zum Beispiel bei uns, ja zum einen werden wir die Filme verlinken, die ihr schauen könnt. Wir müssen mal schauen, ob da alle freigegeben sind, dass wir die freigeben können für alle Zuschauer oder was es da für eine Seite gibt. Also wir werden, denke ich mal, wenn alles klappt, so eine Art Landingpage bei uns machen bei Kinocast.net, wo wir sagen, hier, das sind so die interessanten Filme, die ihr schauen könnt im Stream. Es wird natürlich eine, sagen wir mal, hauptsächlich online stattfindende Veranstaltung dieses Jahr nur sein, wegen Covid-19 und ja, mal schauen, im Mai geht das ja los, das ist vom 4. bis 9. Mai, könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen und da werden wir hier ein bisschen was veranstalten, etliche Filme rezensieren aus dem Bereich und mal gucken, was da noch so, vielleicht machen wir auch kleine Gewinnspiele, mal gucken, mal schauen, was das alles so mit sich bringt. Bin gespannt. Wir sind auf jeden Fall offizieller Partner. Mensch, hab ich mich echt gefreut. Jetzt machen wir das so seit so vielen Jahren hier in Stuttgart. Jetzt sind wir quasi mal so ein bisschen mit richtig offizieller Teil des ganzen Filmlebens hier in Stuttgart. Sehr schön. Das war toll. Ein bisschen aufregend. Ich find's cool. Ja, ich freu mich auch sehr darüber. Bin gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Nachdem wir ja auch der einzige Stuttgarter Podcast waren, die auch mal Trickfilm-Oscar-Kandidaten hier im Interview hatten mehrere. Oh ja. Das muss man natürlich sagen. Wir haben natürlich auch speziellen Wert draufgelegt. Die kam zwar jetzt nicht aus Stuttgart, sondern aus Ludwigsburg. Das vereinen wir mal mit einfach mal hier zu der ganzen Region, zum Ländle. Okay. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir noch so geschaut haben. Die Heimsneak-Preview war ja der Film News of the World. Neues aus der Welt. Hat sie Kate ausgesucht. Ganz neu. Ganz gerne geschehen. Ja. Worum geht's? Also, es ist ein Film von Paul Greengrass, der zum Beispiel so Sachen gemacht hat wie Greenzone oder die Born-Filme oder so ähnlich. Mit Tom Hanks in der Hauptrolle und Helena Zengel, die man kennen könnte aus dem Film Systemsprenger, die mir da ja ziemlich gut gefallen hatte. Also, der Film selbst ist sehr abgefahren und sehr schwierig, was für mich jetzt nicht gerade ein häufiges Nochmal-Seh-Potenzial hat, weil der ist schon ein ziemlicher Downer, der Film, wenn man sich den anschaut. Aber die Schauspielerin war super. Und jetzt hat sie quasi schon von Systemsprenger den Schritt nach Hollywood geschafft, den Sprung, und darf mit Tom Hanks in einem Film spielen. Und Neues aus der Welt ist quasi ein Western, wenn man es so nennen möchte, obwohl es hier nicht um die, ja, um die Eroberung des Wilden Westens geht mit, was weiß ich, mit Stand-Offs hier, wo sie sich gegenüberstehen und wer zieht am schnellsten, sondern wir befinden uns dann in der Zeit nach des Bürgerkriegs in Amerika, wo speziell im Süden natürlich diese Niederlage allen in den Knochen gesteckt hat und die, das nun von dem Norden her, dass sie da regiert werden und so, das zieht sich dadurch alle durch. Und es war auch so eine, irgendwie so ein Machtvakuum, also das bisherige, die bisherigen Herrschaftsformen sind irgendwie abgelöst worden. Man hat jetzt irgendwie neue Herrscher aus dem Norden und es haben sich so Enklaven gebildet, wo ganz eigene Leute versuchen, da an der Macht zu bleiben. Und in diesen Wirren nach diesem Bürgerkrieg ist Tom Hanks unterwegs und der geht immer in diese Ortschaften rein, reitet von Stadt zu Stadt und liest denen Nachrichten vor. Wobei das nicht nur ein simples Vorlesen von Nachrichten ist, sondern es hat manchmal auch so ein bisschen was von einem Stand-Up-Comedy-Programm fast, wenn er dann irgendwie so lustige Geschichten erzählt. Teilweise, manche Sachen wirkten fast so ein bisschen wie Urban Legends, die er halt erzählt, um das Volk zu belustigen. Und das Publikum, was da in diesen Veranstaltungen drin sitzt, die sagen selber, sie haben eigentlich keine Zeit zum Zeitunglesen so richtig, weil sie eben den ganzen Tag irgendwie auf dem Feld arbeiten müssen, gucken, dass sie ihre Familie durchbringen. Und speziell da in diesem Mittleren Westen war es halt so, dass die ihr Land bearbeitet haben und mit Indianern hatten sie auch immer noch so Themen, weil sie Indianern teilweise das Land weggenommen haben und die Indianer dann zurückgeschlagen haben. Und da gab es auch sehr viel Gewalt und dann eben diese Banditen, die sich da noch rumgetrieben haben. Und in dieser ganzen Zeit reist er umher und eines Tages findet er auf einem Weg einen umgestürzten Planwagen und es ist ein Mensch, ist aufgehängt worden an so einem nächsten Baum, der wohl ein Schwarzer war. Und da wir uns ja in Texas befinden, ist ja Rassismus da auch ein ziemliches Thema, speziell in der Zeit. Und in diesem Planwagen, in diesem Umgestürzen lebt noch dieses junge Mädchen und er findet dann auch so einen Brief, wo drin steht, dass dieses Mädchen ganz schlimme Sachen durchgemacht hat. Also ihre, als sie relativ klein war, ist ihre Familie von Indianern massakriert worden und sie hat als einzige überlebt und musste aber mit den Indianern mitgehen und ist quasi bei diesen Kiowa-Indianern aufgewachsen. Und dann sind wiederum diese Kiowa-Indianer aufgerieben worden von irgendwelchen Banditen oder Staatsmacht irgendwie und sie ist dann übrig geblieben. Sie wurde dort quasi rausbefreit, nannte man das und sie soll, sie hat wohl entfernte Verwandte irgendwo. Sie ist wohl auch, stammt wohl deutschen Einwandererin damals und diese Familie soll sich da irgendwo noch befinden und Tom Hanks nimmt sich ihr an und nimmt diesen Brief und geht dann erstmal zur nächsten Militärstation und fragt ja, was soll ich denn jetzt mit dem Mädel machen? Oder haben sie da jemanden, der sich da kümmern kann? Die haben da gerade niemanden gehabt. Höchstens erst in drei Monaten, das ist ihm zu lang und dann beschließt er, dieses Mädchen dahin zu überführen, zu seinen Verwandten. Und was sich sehr schwierig darstellt, weil das Mädchen zum einen die englische Sprache überhaupt nicht spricht, die Verständigung ist sehr, sehr schwierig. Sie spricht halt nur diese, diesen Kiowa-Indianer-Sprache und dann auch durch ihre Traumatisierung, durch das, was sie schon erlebt hat in ihren jungen Jahren, da kommt dann wieder Systemsprenger durch, also dreht sie halt häufig auch mal durch oder ja, da kann man halt auch nicht durch gut zureden irgendwie was bewirken bei ihr. Die ist halt einfach dann, ist ein bisschen neben der Spur dann vielfach und darum geht es halt in diesem Film, um diesen Roadtrip durch diese, durch diese wilde Zeit, in dem Amerika, speziell in diesem Texas oder Arizona? Nee, wir sind glaube ich in Texas noch, ja. Texas, ja. In Texas, kurz nach dem Bürgerkrieg, in dieser, in dieser wilden Zeit, mit all, mit der ganzen Gemengelage, die sich da so zusammentut mit Indianern, mit allen Pipapo, mit allem, was passieren kann, mit, ja, sich durch die Wüste kämpfen, durch, mit Wasser, ohne Wasser und so, ne. Ja, ja, ist eine Netflix-Produktion, ist das eigentlich, das sollte eigentlich einen Kinostart haben, ne, hab ich in Erinnerung und, ähm, hat halt jetzt wahrscheinlich durch Covid Netflix sich auch gekrallt und zeigt uns diesen Film. Ich glaube, im Kino wäre da noch besser gekommen, so große Leinwand und so. Was denkt ihr? Ich, ne? Ja. Ja. Ja, ähm, du hast eigentlich die Geschichte vom Film komplett erzählt, ähm, man muss nicht mehr viel nachdenken, um zu wissen, wie es ausgehen wird, glaube ich. Na, 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 das kann nun so und so ausgehen. Und was ich halt extrem schade an dem Film einfach finde oder fand, ist, ähm, dass du eine Reise durch den wilden Westen hast und es eigentlich komplett klar ist, was alles passieren wird. Also mir war komplett klar, was alles passieren wird und, äh, weil es wirklich so, dass es so, 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 so komplett in dem Fall einfach gestrickt war. Also die ganzen Dinge, die passieren, wenn du dich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, ist dir ist eigentlich klar, dass X zu Y, zu Z, zu was weiß ich, was führt und so weiter, dass auf jeden Fall, äh, das eine noch passieren muss und das andere muss auch noch passieren und dieses muss auch noch passieren, weil wir sind ja auch im wilden Westen unterwegs und dann muss auch noch das da passieren und dann muss noch das. Und das fand ich super schade, weil das hat für mich dem Film jede Spontanität genommen und ich fand das, ich fand das einen sehr, sehr ruhigen Film, der einige schauspielerische starke Momente hatte, aber von der Story her einfach für meine Verhältnisse dann doch im Endeffekt zu dünn war oder zumindest zu dünn umgesetzt war. Weil, wie gesagt, ähm, wenn ich mir, du mich jetzt hinsetzen würdest und sagen würdest, hey, schreib mal einen, äh, Western-Road-Movie über ein ungleiches Pärchen, über einen Älteren, der ein Kind irgendwo hinbringen soll, dass die Sprache nicht richtig spricht, ich glaube, ich hätte dir einen sehr, sehr ähnlichen Film einfach kurz hinskizziert. Und das finde ich schade, weil für mich keine Überraschungen mehr in dem Film da drin lagen. Ich fand es nochmal schauspielerisch von Tom Hanks und auch von Helena Zengel echt richtig, richtig gut geschauspielert, richtig gut gemacht. Die haben eine recht gute Harmonie entwickelt in dem Film. Ähm, das Drumherum war blass und das war okay und das wurde wahrscheinlich auch sehr viel Wert auf die schauspielerische Leistung gelegt und deswegen ist es für mich kein kompletter runder Film gewesen, weil, ja, er war zu vorhersehbar. Könntest du was damit anfangen, Kate? Ähm, also grundsätzlich ja, also ich muss dem Chris leider in vielen Punkten recht geben, ähm, also ich bin ja grundsätzlich kein Fan von Filmen aus dieser Zeit, die in dieser Zeit spielen, wie wir ja alle wissen. Ähm, ich hab mich aber drauf eingelassen, weil wir einfach wissen, wir wissen, äh, der wird bei den Golden Clubs eine Rolle spielen, der Film, der wird auch wahrscheinlich bei den Oscars dann entsprechend eine Rolle spielen, eine Rolle. Ähm, ähm, und wenn er dann schon auf Netflix zu klicken ist, dann gehört's, finde ich dazu, ihn zu schauen. Ich bin jetzt auch nicht komplett enttäuscht. Ähm, ich fand, wie gesagt, ich bin großer Tom Hanks Fan, deswegen, ähm, absolut in Ordnung für mich. Ähm, tolle Rolle, ähm, seine Background-Story kommt für mich zu wenig durch. Ich finde, man hätte da noch viel mehr draus machen können. Und auch, auch zu dieser, ähm, die Bindung, die er zu, äh, zu dem Mädchen aufbaut, zu Johanna, ähm, hätte man, denke ich, auch noch irgendwie tiefer gehender machen können. Ähm, ähm, und, ja, es ist halt ein Drama. Es ist ein Western-Drama. Und da ist, das ist halt nicht so 100% mein Lieblings-Genre. Ähm, schauspielerisch toll. Auch die Landschaftsaufnahmen fand ich wirklich toll. Aber wie der Chris schon sagt, äh, wenn man den einen oder anderen Western gesehen hat und mal, abgesehen von irgendwelchen High-Noon, äh, Gunshot-Fights und, und, äh, hier Saloon-Kämpfen absieht, ist er doch relativ vorhersehbar, was alles passieren kann und wird. Ähm, ähm, ich will dem Film deswegen das jetzt nicht schlecht reden. Um Gottes Willen, er ist, äh, er ist ein guter Film. Ähm, aber er hat mich persönlich halt nicht 100% angesprochen, dass ich ihm jetzt, keine Ahnung, 8 Punkte oder 10 Punkte gebe, ja. Ähm, mir hat irgendwas gefehlt. Ähm, mir war er fast zu ruhig. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also mit zu ruhig, ja. Ich kann auch die Punkte, die der Chris genannt hat, kann ich auch nachvollziehen. Bloß bei mir war es so, ähm, dass ich die, die Punkte haben mir nichts ausgemacht, weil ich mochte einfach den Film, äh, an sich. Ich hab den mittlerweile auch sogar nochmal geguckt und, ähm. Okay, cool. Weil ich den, weil ich den echt schön fand, weil ich hatte mal kurz, ähm, im Film gibt's ja so eine Szene, also sie kennenlernt und sie hat dann festgestellt, dass sie irgendwie deutschen Ursprungs ist. Da dachte ich, ah, okay, jetzt spricht Tom Hanks bestimmt mal Deutsch, irgendwie versucht irgendwie ein paar Worte und hab mal auf die Original-Tonspur umgeschaltet. Also wir haben es oben zu zweit geguckt und dann haben wir es auf Deutsch geguckt und hab ich mal kurz umgeschaltet, hab ich gedacht, boah, der klingt im Original echt gut. Und, ähm, dann hab ich den selber nochmal komplett im Original geguckt. Und, ja, mir hat das eigentlich sehr gefallen, dass das mal nicht so ein Film war mit so ganz viel Schischi und da nochmal eine Abbiegung von der Story und da nochmal, sondern wirklich mal so ganz geradlinig, ähm, mit allem, was da so passieren, passiert sein könnte damals, wie gefährlich das war, sich auf Reisen zu begeben. Irgendwas, wo du heute vielleicht Distanzen, da steigst du ins Auto, da bist du irgendwie ein paar Stunden da und damals brauchst du halt irgendwie drei Tages Reisen mit dem Pferd und es war alles gefährlich, weil da irgendwie Wegelagerer und irgendwelche dubiosen Typen, die da irgendwelche Siedlungen gemacht haben, wo sie Büffel häuten und sonst was. Und, ähm, ja, ich mochte das sehr, die, die ganze ruhige Stimmung, das war irgendwie mal so, irgendwie so mal so ein chilliger Film nach den ganzen aufregenden Sachen, die ich so geschaut habe in der letzten Zeit. Das hat mir echt gut gefallen und im Original hat es das nochmal für mich ein Stück angehoben. Den, also ich mochte auch den, die ganze Inszenierung, wie es gemacht ist, dass ich das alles auch nicht auf zu viele Personen, ähm, ja, dass es nicht so ein Riesenensemble war, auf das mal Obacht geben musste, wer macht jetzt was und welche Parallelgeschichten gibt es da noch, sondern es sind einfach die zwei, die irgendwie ihren Roadtrip da machen. Da kommen zwar dann nochmal diverse andere oder mal Figuren, die den Weg kreuzen, mal eine Zeit lang ihren Weg mitgehen und dann doch wieder eigene Wege gehen, aber, ja, an sich, ich fand die Story auch, wie es dann aufgelöst wird am Ende und das Ende fand ich sehr schön. Und, ja, ich muss sagen, das Ende, das Ende fand ich auch sehr schön. Ja. Ich hab mir das ehrlich gedacht, schon gedacht, dass es so kommt. Ich hab's mir nämlich nicht so gedacht. Doch, ich hab's mir tatsächlich so gedacht. Ich hab mir das, äh, ich hab mir das relativ schnell sogar so gedacht, ähm, aber wie es dann, also wie es dann umgesetzt wurde, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, was wollte ich noch irgendwas sagen. Was mich, das Problem ist bei jedem Film, der so in die Nähe der Oscars released wird, hab ich halt immer das Gefühl, die sind auch auf Oscar getrimmt. Ja, also, dass, dass man jetzt halt wirklich diesen, dieses gefühlvolle Drama macht mit starken Hauptcharakteren, die, die auch, ähm, Szenen haben, wo sie einfach nur ganz alleine sind und für sich sind und, und einfach so eine starke Szene übermitteln und das dann extra so rausgebracht wird, dass es dann direkt zu den Oscars geht. Und das find ich, das find ich, das find ich ein bisschen schade und das hatte ich halt bei diesem Film das Gefühl, weil eigentlich wäre ja jetzt im, im, äh, Februar wären die Oscars gewesen, wenn sie jetzt nicht verschoben geworden wären, ähm, und es wirkte schon sehr auf Oscars getrimmt. Fandest du? Ja. Also ein bisschen. Ja, ich glaub, na. Fand ich auch. Ja? Doch, fand ich auch. Es war so, ey, Oscars stehen an, wir haben zwei tolle Schauspieler und wir haben einigermaßen okay eine Story. Go for it. Ja, und vor allem, es gab halt auch so viele Szenen, die könntest du gut in diese, diese Oscar-Einspieler nehmen. Da gibt's immer diese Einspieler, die ganz kurz Szenen aus dem Film zeigen und, und, und die starke schauspielerische Leistung von dem Nominierten oder von dem Film selber. Und dieser Film strotzt ja von diesen Einspielmöglichkeiten, weil du halt diese, weil es halt so ein ruhiger Film ist, ja. Und, äh, vielleicht, war vielleicht, irre ich mich auch, vielleicht kann mich jemand das eines Besseren belehren, aber gefühlt war es schon sehr ausgelegt auf die Oscars. Das ist mein Gefühl. Also so, wenn du einen Film richtig auf Oscar trimst, dann nimmst du meistens eine, eine echte historische Person. Dann hätte man gesagt, ja, den gab's damals, äh, den haben sowieso und dann hätte man das am Anfang so irgendwie based on a true story oder so, ne, das, dann hätte ich es, glaube ich, so richtig auf Oscar. Hm. Ja. Ja, vielleicht. Nee, mir hat er viel Spaß gemacht, ähm, der hatte mich auch ehrlich gesagt gleich von Anfang an. Und, ähm, das war nicht so ein Film, wo ich irgendwie lange gebraucht habe, um reinzufinden. Ja, man sah da Tom Hanks, wie er sich fertig gemacht hat und der ist einfach großartig. Ich, boah, ich, ja. Ich finde ihn immer noch so total super, der, der owned das einfach immer, der nimmt sich die Rollen so an und es war ja seine zweite Zusammenarbeit mit Paul Greengrass nach dem, ähm, Captain Phillips, den ich ja auch sehr, 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 sehr gut fand, den Film, äh, wo dieses, ähm, ja, wo er da den Kapitän von diesem, was ist das, ein Öltanker oder ein Lieferschiff oder sowas, ein Frachtschiff spielt, was da von somalischen Piraten aufgebracht wird und so. Ah, ja, fand ich auch so gut, den Film. Ähm, und das jetzt die zweite Zusammenarbeit, ja, mir hat er echt von Anfang bis Ende richtig Spaß gemacht und da haben ja auch die, die zwei Stunden irgendwie nichts ausgemacht, deswegen, ja, ich hab ihn da nochmal geschaut, deswegen hab ich auch nicht viel anderes auf der, auf der Liste diese Woche. Ähm, ja, weil ich dachte, naja, ich hab nämlich auch viel negative Kritik gehört und zu dem Film, also da ging's dann los von, ja, der, äh, auch gerade, weil der sich ja ein bisschen so die aktuellen politischen Themen ein bisschen mit, ähm, quasi als Steigbügel nimmt, wo er sagt, ja, hier, Texas First und so, diese ganzen Rednecks, die, ja, und, äh, irgendwelche, die dann auf die Regierung in, 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 äh, in Washington schimpfen und so, das ist ja nur alles ein bisschen aktuell politisch gefärbt. Und so, und da wirft man dem Film ganz gern vor, dass er sich halt das nur annimmt und das eigentlich nicht wirklich, äh, verkörpert und dass die Story halt wirklich sehr simpel ist. Aber mir hat's halt Spaß gemacht. Mehr kann ich dazu. Wir, wir, wir haben jetzt eine deutsche Vertretung mit der Helena Zinge. Wie fandst du sie, also wie fandst du ihre schauspielerische Leistung? Ja, es war halt Systemspringer-Light, würde ich mal sagen. Ja, gell? Sie hat sich nicht viel geändert und, ähm, ja, ich find's, also, immer top, wenn, 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 jetzt Hollywood, äh, mal so nach, nach Deutschland guckt oder insgesamt nach Europa guckt und sagt, boah, da gibt's eine gute Schauspielerin, die hat da so eine, so eine schwer erziehbare gespielt und richtig gut und so und wir können eigentlich genau so eine hier brauchen für die Rolle, die halt immer mal irgendwie von Traumata geplagt ist und irgendwie gar nicht klarkommt. Aber ich fand, sie hatte dann auch ein paar Szenen, wo sie wirklich ihre, ihre, ja, ihre Systemspringer-Rolle mal verlassen hat, wo sie zum Beispiel dann in das alte Elternhaus wieder reingeht und so und da gab's noch ein paar andere Szenen oder auch dann noch am Ende und so. Beim hat sie dann noch irgendwie, nein, will ich jetzt nicht verraten, aber, ähm, ja, ich fand es sehr gut. Ich würd sie, ich würd sie halt gern mal in einer normalen Rolle sehen, weil ich kann, klar, ein Ausraster zu spielen ist nicht, nicht einfach, grad bei Systemspringer hat man's gemerkt, dass das, glaub ich, echt hart ist, sowas zu spielen und nicht einfach zu spielen, aber ich würd sie halt gern mal in einer neutralen, in einer normalen Rolle sehen, weil ich kann, ich kann aktuell nicht einschätzen, ob sie eine gute Schauspielerin ist. Was meinst du mit einer normalen Rolle, irgendeine Komödie? Ja, ein normales Kind, nein, ein normales Kind mit Interaktion mit ihren Freunden, weißt du, wie, keine Ahnung, als, als Kind von irgendeinem, von irgendeinem Elternteil, was weiß ich, also nicht als Randale-Kind, was rumschreit oder gar nicht mehr redet und trotzig ist, sondern als normales, ruhiges, was in so einem, keine Ahnung, so einem Kind in einem Jugendfilm, so aller fünf Freunde oder was weiß ich, ja, also nicht so eine exzentrische Schreirolle, das meine ich damit mit normaler Rolle. Ich würde mal von der TV-Serie Inga Lindström, die Folge Milla gucken, da hat sie bei Familienfest in Sommerby, hat sie eine Milla gespielt. Okay. Das klingt nicht sehr schwerziehbar oder so, Inga Lindström ist ja meistens etwas. Okay, muss ich vielleicht mal reingucken. Nee, aber ansonsten, wenn es so funktioniert, sie muss halt erstmal sehen, wie sie so ihren Platz findet, sie muss natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht so ein Typecasting kriegt, dass sie immer nur so die, die Verrückte spielt. Aber ja, das war nun mal das große Ding und ja, jetzt an Seite von Tom Hanks, da werden, denke ich mal, noch mehr auf sie aufmerksam. Gibt schlechtere Starts. Definitiv, ja. Von mir, acht Punkte für Neues aus der Welt, News of the World. Ich weiß, ich liege damit sehr hoch, aber... Das ist doch okay, wenn er dir so gefallen hat, natürlich. Ich bin bei sechs Punkten. Ich bin bei 6,5. Haben wir doch. Die, schön etwas über der Mitte, alles abgebildet, bis hin sogar ein Ausreißer nach oben. Und das muss halt jeder selber entscheiden, ihr könnt das tun. Auf Netflix gibt es Neues aus der Welt, News of the World. Und wenn ihr die Netflix-Flatrate habt, dann schaut da mal rein in diesen Film. Was gucken wir denn nächste Woche? Ab morgen gucken wir auch wieder auf Netflix etwas. Und zwar heißt der Film I Care A Lot. Habe ich schon mehrfach jetzt den Trailer geguckt. Ich freue mich jetzt, den Film anzugucken. Und für die nächste Woche haben wir auch schon einen Tipp. Diesmal geht es zu Amazon Prime als kleiner Vortipp noch. Und der Tipp heißt, die Mauer muss weg. Ja. Ich wollte den ja schon checken, ob da was taugt. Der ist okay. Kann mal gucken. Ich habe ihn geguckt. Na gut. Die Mauer muss weg. Da darf ich auch noch nicht drüber reden. Ich habe noch ein Embargo drauf, bis wir da drüber reden. Mauer. Checken, wo sie wohnt. So, bei den gesehenen Filmen haben wir ja nichts weiter. Nee. Weil, wie gesagt, ich hier zweimal das. Und ich habe unsere Sneak von drei Wochen, habe ich ja auch schon geguckt. Deswegen. Dann kommen wir mal in den News-Bereich hinein. Hier. News. Die wichtigste News mit dem Trickfilm-Festival habe ich ja schon genannt. Für alle, die jetzt erst, oder die geskippt sind, von Anfang bis zum Jetzt erst einschalten. Ich bin noch voll in meinem Twitch-Modus, weißt du. Oder jetzt hier im Live-Podcast, den ihr nicht nachholen könnt. Genau. Genau. Für alle, die vielleicht geskippt haben am Anfang, weil sie gesagt haben, ja, die Sneak hier, diese Kapitelmarke interessiert mich nicht. Ja, Kinocast wird Partner vom Internationalen Trickfilm-Festival in Stuttgart im Mai. Da wird es hier auf Kinocast einige Aktionen geben, auch Films, Streams hier zum Schauen, die ihr dann hier gucken könnt, von bestimmten Filmen. Da sind eigentlich immer gute Sachen dabei. Schauen wir mal. Chris, du hast hier einen Trailer, der Film sagt mir nichts. Erzähl mal, worum geht es denn? Ich habe zwei Trailer reingestellt. Ja, den ersten. Du hast auch zwei, ich dachte, ich habe auch zwei. Der erste Trailer, den ich reingestellt habe hier und den nennen möchte, ist The Father. Also, der Vater mit Olivia Colman und Anthony Hopkins in den Hauptrollen. Oh, es muss sich mit der Lotion einreiben. Ja. Wird schon jetzt beschrieben als die beste schauspielerische Leistung von Anthony Hopkins ever. Und wer weiß, wie Anthony Hopkins spielen kann, der sagt, okay, ich glaube, den Film sollte man sehen. Geht um einen älteren Herren, wer hätte es gedacht, der noch zu Hause wohnt oder auch nicht zu Hause wohnt oder bei seiner Tochter wohnt oder, oder, oder. Und es wird relativ deutlich, also kommt im Trailer auch schon, dass irgendwas gewaltig nicht stimmt, weil er möchte von zu Hause nicht raus, hat aber das Gefühl, dass seine Tochter Interesse an der Wohnung hat und deswegen auch mit einem fremden Mann eingezogen ist. Dabei ist alles eigentlich ganz anders, weil er wohnt bei seiner Tochter. Und es ist ein, ja, Krankheitsbild, das hier sehr, sehr stark und sehr krass gezeichnet wird von der Demenz her. Und das ist schon krass. Der Trailer war schon, puh. Ich habe ja selber schon mit solchen Menschen zusammengearbeitet, hatte also die Freude, sage ich ganz ehrlich, mit solchen Menschen auch zusammenzuarbeiten, um denen da auch ein bisschen mal andere Richtungen oder andere Möglichkeiten oder einfach zu helfen, also andere Wege zu zeigen oder auch einfach zu helfen. Deswegen ist was, wo wir alle nicht davor gefreit sind. Wir können froh sein, wenn wir bis zum Ende klar in der Birne sind. Garantieren kann es uns keiner. Wahrscheinlich glauben wir es, dass wir klar in der Birne sind und sind es gar nicht mehr. Und darum geht es. Es soll am 22. April 2021 starten. Sind wir mal gespannt. Also ist für mich auf jeden Fall ein Film, wenn ich auch schon sehe, dass es 97 Minuten geht. weiß ich, dass er nicht zu lang sein wird. Und ich bin wirklich gespannt. Also für mich der Trailer schon so ein richtiger Kloß im Hals nach einer Weile. Und wenn der ganze Film so ist, dann hu. Hat mir nicht in der Sneak mal so einen Film? War das nicht mit Selma Hayek sogar? Still Alice. Still Alice? Nee. Ja, Still Alice hatten wir auch. Die hat doch Alzheimer gekriegt. Mit dem spanischen, mexikanischen Schauspieler. Ja, ja, ja. Ach, lange, lange, sehr. Mit, ja gut. Ja, genau den, der bei... Ja, nee, aber... Mit dem Bolzenschussgerät bei The Will We Blood. Ja. Na gut. Ach so, mache ich erst mal ein. Äh, es gibt einen Trailer mit Benedict Cumberbatch. Einen neuen Film. Der Spion. Und hat mir, hat mir echt gut gefallen, der Trailer. Wo ich gedacht hätte, also wenn das jetzt gesagt, also wenn jetzt Normalzustand gewesen wäre, hätte ich gesagt, den muss ich im Kino sehen. Weil das hat so alles, was mir so gefallen könnte. Also da geht es um einen, ähm, um einen ganz normalen Arbeiter in der Firma und da wird irgendwann, wann spielt das eigentlich, in den 50er, 60er Jahren oder so? Vor dem, vor dem, vor dem Dingsen. Ja, vor dem Kalten Krieg. Ja. Russland und USA, Atombaffen. Ja. Kurz vorm Knall. Genau. Und, ähm, da wird er rekrutiert, weil er auch immer mal Geschäftsbeziehungen hat nach Russland. Er soll quasi als Spion arbeiten und er ist quasi ein ganz normaler Angestellter und kommt dann so in diese ganzen Verwicklungen, Verwirrungen und muss hier irgendwie mit, mit den, sich mit den anderen, mit den russischen Agenten treffen und sonst was und freundet sich da ein bisschen an und das ist natürlich, Benedict Cumberbatch, der kriegt das irgendwie so gut hin und so schon im Trailer hatte der so ein paar Shots drin, wo ich gedacht hätte, oh, das ist so cool, das sieht schon so cool aus im Trailer, ne? Und den, also wenn jetzt Normalzustand wäre, hätte ich gesagt, ach, den muss ich mir im Kino angucken, aber mal sehen, ähm, was da wird, also der soll auch am 15. April ins Kino kommen, theoretisch, wenn alles klar geht, aber das ist verdammt knapp, 15. April, ich glaube. Ja, der sieht aber auch echt nice aus, der gefällt den, würde ich auch gerne sehen. Ja, der sieht super nice aus, also. Ja. Oh, wir sind so voll fancy, wir sagen so Wörter, wie sieht's voll nice aus. Kein Scheiß. Nisenstein, oh, ist voll lit. Nisenstein. Ist voll lit, ey. Ock, ock. Ist voll lit, Digger. Mordok ist voll lit. Ich küsse deine Augen. Was hast denn du noch hier, Nobody? Küsse deine Augen, okay. Okay, ich hab noch ein Nobody. Und zwar, Nobody ist Bob Odenkirk, den kennen wir von? Breaking Bad. Breaking Bad, Reco-Soul. Ja, genau. Genau. Und er spielt Hudge Mansell und Hudge Mansell ist ein liebender Familienvater und da wird nachts eingebrochen und statt dass er die Täter überwältigt mit dem Golfschläger, lässt er sie gehen, aber irgendwas löst es in ihm aus. Und das kommt dann in dem Trailer sehr schön, weil irgendwie schlummert brutale Gewalt in ihm und brutal einfach auch diese ganz viele brutale Brutalität, sagen wir es mal so. Und er beschließt dann mehr oder weniger, alles klar, jetzt lasse ich das Ganze mal raus, weil er hat eine relativ dunkle Vergangenheit und er mischt dann in dem Bus erst mal ein paar Räuber oder so Draufgänger gehörig auf und ja, dann. Ich hab's gerade laufen hier ohne Ton, ja. Ich auch. Und dann entwickelt sich das alles so in eine etwas andere Richtung noch. Nobody ist, ja, ich bin mal gespannt, also er wirkt wie ein richtig cooler Sneakfilm. Produzent von John Wick, stand gerade da. Ja, deswegen sei nämlich gerade auch so aus, ja. Also Produzent von John Wick und es spielt Christopher Lloyd auch mit. Ja, okay. Und also ein Film, wo Christopher Lloyd mitspielt, den ich mein Hallo. Ja, ich muss nur so gucken, ja. Oh, der verdrescht dir aber ganz schön. 1. April, oh, am 1. April soll der schon kommen, oh, das wird aber knapp. Ja, wird auch knapp, aber das wäre so ein typischer Sneakfilm. Oh, der wäre cool gewesen, der Sneak. Der wäre super cool. Der wäre abgegangen, der Sneak. Ich sehe schon, Erik feiert den Trailer jetzt auch schon, also wie gesagt, Produzent von John Wick und das sieht man. So von der Art her wäre das ein cooler Sneakfilm gewesen. Ja. Jetzt nicht so das Top-Regal, sondern irgendwie so mittendrin schön brachial. Klingt, klang aber am Anfang, wo du erzählt hast, so ein bisschen wie Charles Bronson, ein Mann sieht rot oder so. Also wo dann quasi jemand sagt hier, so geht es nicht weiter. Aber jetzt hier geht ab wie Schmitz Katze hier. Also wir verlinken den auch mal mit, weil, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, davon habt ihr jetzt nicht viel, dass wir jetzt den abfeiern. Ich verlinke den mal und auf kinocast.net, da können wir drauf klickern. Es gab noch einen Teaser, den habe ich mal mit verlinkt, Jupiter's Legacy. Das wird eine neue Superhelden-Serie sein, die auf Netflix rauskommt. Das Ganze basiert auf einer Comic-Reihe und ich hatte da schon mit dem Daniel von Fortsetzung Volk drüber geredet, der kennt auch die Comics und meinte, hey, das ist gar nicht schlecht. Also wenn das jetzt als Serie kommt, da geht es wohl, ich hoffe, ich bringe es noch richtig zusammen, geht wohl um nur zwei Superhelden in der Serie, die wohl sehr, sehr starke Kräfte haben und die, von wem war das gemacht? Er hat es mir genannt, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Es war ein bekannter Macher von der Comic-Reihe, wo ich gedacht hätte, oh ja, nicht schlecht. Ich glaube, der, der Kick-Ass gemacht hat oder so. Kann das sein? Ja. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, oh, das klingt gut. Also sollte man sich mal vormerken, Jupiter's Legacy als Serie auf Netflix kommt bald. Ich fand den Trailer sehr, also diesen Teaser oder wie sich das nennt, total nichtssagend. So ist das bei Teasern meistens. Ja, aber normalerweise, also im Endeffekt spricht der Teaser doch nur die Leute an, die die Comics kennen. Nee, das spricht auch Leute wie uns an, die sagen, oh, was ist denn das? Neue Superhelden-Serien, Jupiter's Legacy, Google, 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 ich gucke mal, was das ist und... Jawohl. Naja. Mal schauen. Könnte gut werden. Also Daniel war da angetan davon, hat er gemeint, ja, die Comics sind schon ziemlich cool und abgefahren. Wenn da Netflix nicht zu sehr abweicht, davon wird es gut. Okay. Eine kurze News habe ich noch. Es gab ja mal einen Film District 9, den habe ich ja sehr abgefeiert. Oh ja, der ist cool. Südafrikanischer Film von Peter Jackson produziert und von, wie ist der Regisseur, Neil Blomkamp gedreht. Und mittlerweile haben ja quasi alle, die damit irgendwas zu tun hatten, sind ja dann richtig durchgestartet. Das war ja auch der südafrikanische Film, der wirklich am allermeisten Geld weltweit eingespielt hat. Also wirklich ein Aushängeschild. Und jetzt soll wohl District 10 kommen, nachdem ja der Regisseur, der hat ja zum Beispiel Elysium und sowas gemacht und das war ja auch ganz erfolgreich, ganz okay. Aber jetzt soll wohl District 10 kommen, bin ich sehr gespannt. Für die, die District 9 nicht kennen, den gibt es auch gerade bei Netflix, geht es halt darum, dass ein Alienraumschiff abgestürzt ist in Südafrika und die können erstmal nicht mehr weg und müssen halt irgendwie oder die Regierung versucht dann halt mit denen, nehmen halt mit denen Kontakt auf und bauen denen dann quasi so ein Reservat, wo die leben können. Und dann ist halt wirklich, wie man es in Südafrika kennt von früher, diese Apartheid von den in Anführungszeichen normalen Menschen gegenüber den Aliens. Da ist noch diese Thematik mit drin und dann passieren noch etliche verrückte Sachen. Extrem guter Film, District 9. Habe ich der Letzt erst gesehen, den Film? Ja, sehr gut. Weil er durch Zufall irgendwie, ich glaube, der lief auf Sky oder so, Sky Sci-Fi. Oder so. Habe ich reingeklickt und dachte, ach Gott, den kannst du jetzt mal wieder gucken. Dann habe ich ihn nebenher laufen lassen. Der ist einfach cool. Ich habe gestern in den Werbepausen von Voice Kids, habe ich auf ProSieben Pacific Rim geguckt. Oh, das war eigentlich so ein guter Film. Ich liebe den Film. Gott, der ist so schlecht. Der ist so gut, ey. Boah, der ist so mies. Der erste ist so super mit diesen riesen Kaijus, die da auf die Erde. Was für ein Quark. Mit Charlie Day von It's Always Sunny in Philadelphia. Und Ron Perlman ist mit dabei als diese verrückte reiche Typ. Boah, habe ich mich gelangweilt bei dem Film. Ach, so ein genialer Film. Wie einfach die Meinungen auseinander gehen können und wie einfach du überhaupt keine Peinung hast. Das ist schon gut. Ich mag einfach so, wenn so Riesenfiecher so ganze Städte platt machen. Das mag ich. Ja, da freust du dich auf Kong vs. Definitiv. Definitiv. Ja, auf den freue ich mich aber auch. Oder Godzilla vs. Kong. Ich weiß gar nicht, wie man das heißt. Aber da freue ich mich auch drauf. Ja, definitiv. Also das ist, am liebsten hätte ich ja noch so, wenn dann wirklich so Godzilla gegen Mecha-Godzilla oder sowas. Wenn die wirklich. Naja. Jetzt gucken wir mal in den Serienbereich. Da gibt es nämlich auch was zu berichten. Serien. Der Chris hat Disney Plus noch nicht durchguckt. Nein, aber zu Pacific Rim habe ich nämlich für Zufall jetzt gerade gefunden. Weil ja Pacific Rim jetzt ja läuft. Es gibt eine Serie dazu. Fortsetzung. Pacific Rim. The Black erscheint schon Anfang März bei Netflix. Allerdings in ungewohnter Form. In ungewohnter Form. Ja, ja, okay. Animiert oder so. Ach so. Anime, ja, ja. Na gut, das Ganze ist ja, basiert ja auch auf sehr vielen Animes. Das ist ja diese Neon Genesis Evangelion und wie die heißen. Das sind ja auch immer so Riesenkampfmaschinen und so. Das war ja schon ganz schön geklaut davon. Aber ich fand es cool. In den ersten. Aber also, also wenn es gutes Anime ist, dann können die Serie aber echt interessant sein. See the Clone Wars. Clone Wars ist kein Anime. Müssen wir jetzt nochmal definieren, was Anime ist. Ja, es ist eine animierte Serie, aber kein Anime. Kommen wir doch gleich mal zu den Serien. Serien. So, Disney Plus hast du jetzt durchgeschaut alles. Nee, immer noch nicht durchgeschaut. Bevor du das Star anfängst zu schauen. Nee, ich bin jetzt bei Star Wars Rebels angelehnt. Was eigentlich auch eine sehr coole Serie ist. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, am Anfang reinzukommen. Aber da sind die Folgen relativ knackig und spielt ziemlich genau 15 Jahre nach der Übernahme von Palpatine als Imperator. Weil das Imperium feiert, nämlich den Tag des Imperators. Und der jährt sich da. Und da spielt Sabine Ren mit und Ezra Bridger. Die euch alle überhaupt nichts sagen werden, aber wenn die Kate mal vor sich guckt, vor ihr steht ein kleiner, eine kleine Figur steht vor dir. Eine noch original eingepackte Spielfigur. Hä? Du willst ja auf dem Tisch vor dir stehen. Ich sehe hier nur einen Fighter. Ja, ja, nimm den mal. Ja. Wie heißt der? Sabinas TIE Fighter. Ja, Sabines TIE Fighter. Weil die Kaper nehme ich mehr oder weniger auch so einen TIE Fighter mal. Und der wird dann in einer speziellen Lackierung präsentiert und die fliegt den. Also es ist sehr, sehr, sehr cool, was da auch wieder an Nebenstory zu Star Wars präsentiert wird. Es sind auch schon sehr bekannte Gesichter zu sehen gewesen, unter anderem R2D2 und C3PO, die auch auf einer Mission waren. Und ein gewisser Herr Organa war auch schon dabei, Senator Organa. Also sehr spannend, wo das alles hingeht. Und ja, ich bleibe da jetzt mal dran, schaue die erste Staffel durch und habe schon Schlechteres gesehen. Hm, ich habe auch was mit Weltraum geguckt. Moonbase 8 gibt es auf Sky mit John C. Reilly in der Hauptrolle, würde ich mal sagen. Und noch ein paar anderen. Schon mal was davon gehört, Leute? Ja, hast du letzte Woche schon mal erwähnt. Ja, habe ich dir schon erzählt? Oh Gott. Du hast zumindest gesagt, du hast mal, glaube ich, eine Folge reingeguckt oder so. Ja, ich habe jetzt die erste Staffel hier im Lett geguckt, weil wir die auch bei Fortsetz und Volk dran nehmen. Das ist auch so eine Serie, die ist bei den Kritiken ein bisschen so durchgefallen. IMDB 5,7 von 10. Ja, ist jetzt sowas, wo ich sagen würde, da gehe ich jetzt nicht unbedingt dran. Aber das lief hier auf Sky und dann habe ich doch mal das gewagt, mich damit zu beschäftigen. Es ist eine Showtime-Serie und es geht darum, dass die Menschheit oder die NASA plant eine dauerhafte Raumstation auf dem Mond. Und die NASA hat auf der Erde diverse, ja, so wie so diese Camps, die man so kennt, die so auf dem Mond oder auf dem Mars sind, so aufgebaut, wo halt das mal simuliert werden soll, dieses Leben auf diesem lebensfeindlichen Planeten. Ja, um mal zu gucken, wie funktioniert das alles, ja, hält der Wasseraufbereiter, ja, passiert das alles oder klappt das alles mit dem Anbau von Pflanzen und so weiter, dass sie sich selber versorgen können mit dem ganzen Recycling, Luftzirkulation und so weiter. Jedenfalls, wir befinden uns dann in so einer Art, auf dem Grund eines Steinbruchs, also da ist unten so ein Steinbruch, links und rechts, überall gehen so hohe Felsen hoch und unten in der Mitte ist halt dieses Camp, bestehend aus so einem Zelt, wie man es kennt, aus einem Martianer und dann noch so ein paar Nebengebäude und noch so ein normaler Liefercontainer, sage ich mal. Der Liefercontainer simuliert quasi die Luftschleuse, das heißt, wenn sie da rein wollen, müssen sie da durchgehen und dann erst außen zumachen und dann in der aufmachen. Sie haben auch so eine Art Mondfahrzeug, mit dem sie draußen rumfahren können, was eigentlich mehr oder weniger ein Quadbike ist, was irgendwie eine Verkleidung hat, das knattert auch übelst, wenn sie da rumfahren. Und ja, sie leben halt dort, also John C. Reilly natürlich. Am Anfang hat er noch drei Kumpanen, dann passiert ein bisschen was. Ich will mir nicht zu viel verraten. Und da passieren halt so ganz, ganz verrückte Dinge und natürlich so diese ganz normalen gruppendynamischen Sachen, ja, dass irgendeiner ein bisschen austickt, irgendeiner hat Heimweh und die haben auch alle irgendwie einen an der Waffe. Also John C. Reilly kennt man ja sowieso. Der spielt ja sowieso niemals irgendwie einen normalen Typen, glaube ich. Der hat gemeint, der hat irgendwie, er hat eine Scheidung hinter sich, hat irgendwie alles verkauft, hat 5000 Dollar Schulden. Und seine einzige Karte, die er im Spiel hat, ist eben, dass er eben mit der NASA auf den Mond will und will sich da eben beweisen, ja, dass er eben als Astronaut genommen wird, ja. Und der andere ist so eine Art Wissenschaftler, hat totalen Vaterkomplex, weil der hat früher bei der NASA gearbeitet. Der dritte ist irgendwie von irgendwelchen religiösen Leuten, der soll halt das Wort Gottes auf dem Mond dann verbreiten und sowas. Also eine ganz krude Mischung von Leuten. Einer, der hat irgendwie mal beim Superbowl gewonnen, so ein übelstes Tier, dann weiß gar nicht, wie der da überhaupt reinpasst in die Runde. Und dann sind so gruppendynamische Sachen zum einen, dann irgendwas, dass irgendwas kaputt geht, dann bis hin, dass einer sich mal eine Erkältung einfängt und isoliert werden muss. Und total verrückte Sachen, was halt so passieren kann. Und es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken irgendwie. Es hat so eine abgefahrene Art von Humor, die mir echt Spaß gemacht hat. Und ihr habt ja auch Sky, wir werden ja mal reingucken. Die Folgen gehen ja nicht lang. Es sind immer so, ich glaube, so 20-Minuten-Folgen, wenn ich da so richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, also John C. Reilly hat ja so einen Humor wie, äh, denkst du hier, ähm, wie heißt er? Ah, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Mensch, wie heißt er hier von Oldschool hier, Not the Nacktflitzer? Ja, ihr wisst, wen ich meine, der den Elf gespielt hat. Hä? Elf, schon mal gehört, den Film. Wie ich dir halt überhaupt gerade nicht folgen kann. Den Elf, den Weihnachtself, Buddy der Weihnachtself. Ah, ich google selber. Ah, äh, äh. Will Ferrell, genau. Will Ferrell, ja. Ja, John C. Reilly hat ja auch öfters mit Will Ferrell zusammengespielt. Er hat durchaus, ähm, so seinen, seinen Humor auch. Und, ja, macht Spaß. Moonbase8, Empfehlung von mir. Moonbase8. Ja, Deutschen sagen sie 8. Das ist super. Gucken wir mal, was es zum Spielen gibt. Games. So, meine Lieben, heute bin ich mal dran. Ja, hey. Denn heute kann auch ich mal über was berichten. Ist das nicht schön? Immer redet ihr über Games, jetzt bin ich mal dran. Ähm, der Chris hat ja, wie ihr vielleicht wisst, letztes Jahr eine Switch gekauft, damit ich was zum Spielen hab, während ich ja so lang krank war. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe ja so ein bisschen hier, äh, Animal Crossing und so und Tetris. Da gibt's jetzt Mario, ne? Und ein bisschen Pokémon und so gespielt. Was? Da gibt's jetzt Mario. Das gibt's jetzt so zum Geburtstag von Mario. Kannst du jetzt in Mario-Sachen. Genau. Das kannst du jetzt dazu holen auf deiner Insel. Ähm, naja, wir haben auch Mario Party und alles. Das haben wir auch schon mit Freunden gespielt, bla bla bla. Und, ähm, ich muss ja eigentlich wer für meinen Rücken tun. Ich müsste ja eigentlich mehr Sport machen. Und da wir ja alle wissen, sind die Fitnessstudios zu. Ähm, und ich mich irgendwie mit diesen Videos auf YouTube und so. Ich tue mich mit denen sehr schwer, weil die machen ganz viele Übungen, die kann ich gar nicht machen. Und es gibt kaum Videos für, für Leute, die einfach auch bei Null anfangen. Eigentlich eher bei Minus Zehn anfangen. Ähm, und dann hat der Chris gesagt, doch, jetzt machen wir was Cooles. Wir bestellen Ring Fit Adventure. Und ich war skeptisch. Ich so, oh Gott, das packe ich doch wieder nicht. Das ist doch alles viel zu anstrengend. Ähm, wir haben das gestern mal ausprobiert. Ähm, Lieferumfang ist natürlich das Spiel für die Switch. Dann, äh, dieser Ring, also ein Ring, den man rechts und links in der Hand hält, wo oben das rechte Switch-Handteil reinkommt. Und ein Beingurt, wo dann das linke Switch-Teil, Bedienteil reinkommt. So, dass du quasi jede Armbewegung, jede Handbewegung, jede Beinbewegung registriert wird, ähm, von der Switch. Du erstellst dann deinen Charakter und dann hast du die Möglichkeit, ein Adventure zu spielen. Das heißt, du erstellst einen Charakter und dann hast du eine Aufgabe, so eine Quest. Du musst wohin laufen. Und du musst halt wirklich laufen, ja. Es wird vorher alles kalibriert. Das geht relativ schnell. Das ist sehr lustig. Ähm, und dann musst du laufen. Und wenn du Treppen, wenn es da Treppen hoch geht, musst du halt richtig die Knie anziehen und richtig hochlaufen. Und, ähm, mit dem Ring, wenn du den zusammendrückst, dann kannst du so Luftstöße abfeuern. Und dann kannst du Münzen einsammeln und Türen aufstoßen. Und, ähm, alles Mögliche. Wenn du ihn auseinanderziehst, dann hast du so einen Saug-Effekt. Und wenn dann so, ähm, Münzen an der Seite zum Beispiel vom Wegesrand sind, kannst du die so einsaugen. Und das Ziel ist halt, so schnell wie möglich ans andere Ende zu kommen. Aber auch, ähm, Münzen einzusammeln und, äh, Pakete kaputt zu machen und, ähm, über Hindernisse drüber zu springen und solche Sachen. Das ist so, so startest, damit du eben anfängst, dich damit so zu bewegen und rausfindest, wie, wie du den Ring benutzt, damit der richtig funktioniert. Und du eben Punkte machen kannst. Und das wird dann über die Level hin schwerer und die Geschichte entwickelt sich dann auch weiter. Ähm, was extrem viel Spaß macht. Als dann heute eine Freundin von mir zu Besuch war, ähm, ich hab ihr davon erzählt. Und da haben wir das auch, haben wir das mit ihr auch gespielt oder ich hab's mit ihr gespielt. Und da haben wir auch noch andere Feature entdeckt. Denn du musst nicht unbedingt dieses Adventure spielen. Du kannst auch einzelne Trainingseinheiten machen. Also du kannst auch sagen, ich will jetzt heute nur Armtraining machen. Und dann gehst du halt in den, in den Schnellspielmodus. Und dann kannst du diese ganzen Armtrainings machen. Und, ähm, Beintraining. Du kannst, äh, dir einen Trainingsplan zusammenstellen. Der beinhaltet dann auch Yoga. Jede Menge Yoga-Positionen. Und, ähm, das ist richtig, richtig abgefahren. Du kannst auf, auf Zeit spielen, ähm, und, also es ist wirklich, du, das ist richtig, richtig abgefahren. Weil du bist, du bist hinterher totfertig. Bist nach 20 Minuten totfertig. Als ob du gerade eine Stunde im Fitnessstudio an irgendwelchen Geräten gehangen hast. Und es ist wirklich auch richtig gesund. Die zeigen dir auch ständig, welche Muskelgruppe du jetzt gerade aktivierst. Und welche Übungen was auslöst und wie viel du davon wirklich machen sollst. Und was übertrieben ist. Du kannst die Intensitäten einstellen. Ob du jetzt ein totaler Anfänger bist oder schon ein Fortgeschrittener. Ähm, das ist mega cool. Also ich war, war, bin, bin wirklich positiv überrascht. Ähm, während dem Adventure musst du auch ab und zu gegen Monster antreten. Also du bist nicht nur die ganze Zeit am Rumlaufen, sondern du musst auch in sportlichen Wettkämpfen gegen Monster antreten. Und da musst du dann halt Übungen machen. Das heißt, es kann sein, du musst Crunches machen. Es kann sein, du musst Sit-Ups machen. Es kann sein, dass du mit dem Ring irgendwas machen musst. Dass du über Kopf, ähm, Armpresse machen musst. Oder Sit-Ups machen musst. Alles Mögliche, ja. Ähm, und das ist richtig, richtig cool. Weil du willst dann in dem Moment, du siehst, dass dieser Balken von dem Monster immer kleiner wird, dieser Lebensbalken. Und du willst es einfach besiegen und gibst richtig Gas. Das ist unglaublich witzig. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Und dann eben auch diese Möglichkeit, dass du, ähm, auch einfach nur einzelne Trainingseinheiten machen kannst, ja. Oder es gibt so Sets mit vier Übungen, vier verschiedenen Übungen. Zum Beispiel Beinset. Da machst du vier verschiedene Übungen mit mehreren Wiederholungen nur auf die Beine. Das ist richtig ausgeklügelt. Ich bin total begeistert davon. Hab mir direkt einen Trainingsplan erstellt. Zwei sogar. Kriegen die schon gut hin, sowas bei Nintendo? Das ist richtig, richtig gut. Und wie fit ja auch. Wichtig ist halt... Das reagiert auch richtig krass. Du kannst auch deinen Puls messen. Ja. Ja, für viele war ja auch wie fit zum Beispiel auch so die erste, sag mal so, du brauchst ja erstmal so eine initiale Aktivierung, dass du überhaupt das mal, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch hochkriegst und was machst, ne. Also, das ist ja immer für viele schwierig und ich kenne das auch noch, wenn du dann anfängst und alles, ey, da sind so Wunder was für Sachen, das kriegst du nie hin und so. Und ja, dann wie fit hatte ich ja auch und da ging es dann erstmal so ein bisschen so die ersten Sachen, die man da gemacht hat. Ja, ring fit habe ich schon etliche Male gesehen irgendwo, dass welche das gemacht haben. Das ging ja, das gibt es ja jetzt schon eine Weile, da ging dann auch so ein paar Monate, nachdem das rauskam, waren dann so Vorher-Nachher-Bilder auch speziell aus Japan zu sehen. Da hatten ja welche, die hatten ja den Lockdown schon ein bisschen eher gehabt und bei denen kam das so kurz vorm Lockdown raus, das ring fit. Und die haben ja gleich mal die Zeit genutzt zu Hause und da waren wirklich, ich glaube, wenn du das irgendwie bei Google mal eingibst, irgendwie Ring fit, before, after oder sowas, da findest du etliche Bilder oder Erfolgsgeschichten. Da gab es ja die eine, wo wirklich so ein sehr, sehr völliger japanischer Mann dann durch das Ring fit echt viel abgenommen hat. Also, der hat wirklich jeden Tag mehrere Stunden damit gemacht dann. Aber das schaffst du auch locker, weil das macht richtig, richtig Spaß. Also, die Ellie und ich haben vorhin gespielt und haben uns abgewechselt und wir haben insgesamt fast dreieinhalb Stunden gespielt. Ja, weil wir halt auch ausprobiert haben und dann wollte sie unbedingt noch Yoga ausprobieren und dann haben wir noch zusammen was gemacht. Also, ich glaube, wenn du noch einen zweiten Ring dazu nimmst, dann kannst du auch zusammenspielen, das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Aber einer reicht in der Regel, weil du möchtest ja dann auch, wenn jetzt zum Beispiel der Chris und ich haben jetzt gestern nacheinander gemacht und das war ganz gut, weil er konnte mir zugucken, wie es funktioniert und ich habe es ausprobiert. Und während er dann gemacht hat, konnte ich mich ausruhen. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön finde, ist, du hast immer ein Warm-up vorher und ein Cooldown, also Dehnübungen und alles mögliche, dass du dir wirklich auch nicht wehtust. Das ist nicht richtig gut. Also, kannst du empfehlen, was kostet denn dein ganzer Spaß eigentlich mit dem Ring? Oh, viel. Ich glaube, 90 Euro. 90 Euro kostet es gut. Das geht ja. Ja, aber der Witz an der Sache ist, ich bin ja eigentlich auch so ein Konsumopfer, der gerne bei dem großen A bis Z bestellt wird. Und in dem Fall habe ich es tatsächlich nicht bei Amazon bestellt, sondern ich habe es bei Mediamarkt bestellt. Ich bin da schön auf die Seite von Mediamarkt, habe es eingegeben, es stand ja auf Lager per Abholbar am 1. März und ich so, okay, cool. Was kann man es liefern? Ja, liefern bis zum 1. März und ich so, ja, klasse, muss ich nicht vorbeifahren, schicken es heim. Und es kam dann schon am Samstag. Also, von dem her, das ist schon mal ganz cool. Und ja, ich bin gespannt. Es wirkt auf jeden Fall wie eine gute Alternative für Dein. Was wir jetzt noch festgestellt haben, was wir jetzt noch festgestellt haben, was wir jetzt noch nachbestellt haben, ist, der Ring hat ja rechts und links Griffe. Bist du auf Mute? Entschuldigung, der Ring hat ja rechts und links so zwei Griffe, so schweißabsorbierende Stoffgriffe, die kann man abmachen und auch waschen. Und wir haben jetzt festgestellt, wir brauchen einfach ein zweites Paar, weil du kommst echt krass ins Schwitzen. Und wenn dann der Nächste es nimmt, dann sind die Griffe feucht. Und das ist nicht so geil. Ja, deswegen haben wir jetzt noch ein zweites Griffpaar bestellt. Das hat dann auch eine andere Farbe, Lustig-Weiß. Das heißt, jeder hat so ein eigenes Griffpaar. Dann kann man das hin und her tauschen. Das ist mit Klett festgemacht, total easy. Und wir haben auch noch ein zweites Beinringband bestellt, weil das würde ich sowieso jedem empfehlen, der das mit seinem Partner macht. Weil jeder hat eine unterschiedliche Oberschenkelbreite oder Oberschenkelumfang. Und wenn der eine es irgendwie fester ziehen muss, dann ist es halt elastisch. Es kann auch sein, dass es sich irgendwann ausleiert. Und dann hat man zweites eben, dass es nicht ausleiert. Dann kriegt jeder eins quasi. Und man muss es dann auch nicht ständig verstellen. Man kann es ja dann auch einfach hochziehen. Und das würde ich noch empfehlen. Also gerade bei den Griffen einfach, sich ein zweites Griffset zu kaufen, falls man auch mal das andere waschen will. Selbst wenn man es alleine spielt, sollte man vielleicht ein zweites nehmen. Noch kaufen. Und das kostet nicht viel. Also dieses Set hat jetzt irgendwie 13 Euro gekostet. Mit den Griffen und dem Band fürs Bein. Finde ich okay. Es macht Mordstage-Spaß. Ich habe bestimmt morgen Musikrate. Ich bin dann gespannt auf irgendwelche Fortschrittsberichte, was Fitness angeht und so. Ja, also ich mache es jetzt erstmal. Das ist ja immer wichtig, dass man auch dran bleibt. Dass das ein bisschen, diese Gamification ist ja da ganz gut. Ja, also ich habe ja vor, das auf Twitch live zu streamen im Bikini. Ja, kannst du machen. Wir haben auch sehr viele Asiatinnen, die verdienen damit sogar Geld. Also ich sagen muss, mir geht es jetzt grundsätzlich erstmal darum, ich bin ja durch die ganze Operation und so ziemlich aus so Formen, was Muskulatur angeht. Ich möchte einfach jetzt in erster Linie erstmal meinen Rücken wieder stärken. Ich mache halt sehr viel Rücken- und Armübungen, Schulter und so. Einfach, um da erstmal wieder eine Base zu schaffen. Weil aktuell geht da gar nichts. Die Grundaktivierung muss ja da sein. Genau, und dann möchte ich quasi aufsteigen. Aber was mir halt so übel Spaß macht, ist das Hin- und das Rumrennen. Das ist durch diese Weltrennen und irgendwie diese Luftdinger abschießen und so. Das macht mega Spaß. Ja, das ist halt wichtig bei so sportlichen Sachen, damit man auch dran bleibt. Dass man irgendwie einen Spaßfaktor findet, sei es nun beim Tennis oder beim Radfahren oder beim Laufen, keine Ahnung. Dass irgendwo was drin ist, was einem Spaß macht. Und das ist halt das Schöne, du musst dich nicht entscheiden. Du hast nicht immer dieses Adventure, das du spielen musst. Sondern du kannst auch sagen, hey, ich will jetzt nur eine kurze Einheit, 15 Minuten, nur Arme. Dann gehe ich halt in die Einzelspiele rein, in die Einzelsets. Und dann mache ich schon zwei Sets und dann warst du es für heute. Und das ist halt cool. Du bist nicht festgelegt auf immer Adventure spielen. Du kannst quasi da jede Übung machen, die du willst. Alle. Du sitzt auf dem Boden, hast diesen Ring zwischen den Knien und drückst die Knie zusammen. Und hast den Widerstand durch den Ring. Ja, solche Übungen sind es auch. Oder was weiß ich, alles mögliche. Du kannst auf Zeit, wie oft du den Ring zusammendrückst. Das ist voll geil. Sehr cool. Also kannst du empfehlen. Das ist mega anstrengend, aber absolut. Falls du es bei NetGames und so und bei dem großen A nicht bekommt. Quatsch, bei Mediamarkt nicht bekommt. Und beim großen A bei NetGames gibt es auch. Kostet 99 Euro mit Beingurt und mit allem Pipapo. Auch lieferbar. Nur mal so, damit es genannt ist. Und dann kommen wir jetzt mal zur Rätselecke. Rätselecke. Der Chris scrollt schon wie wild hier. Ratsch, ratsch, ratsch. Ja, der will es hier. Also, wir haben jetzt mal, ich habe jetzt mal was kleines Neues. Nicht nur ein Rätsel, sondern die Rubrik heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Guats oder Klump. Also richtig oder falsch. Ich sage einen Fakt. Okay, alles klar. Beim Klump ist es gut. Ja. Du darfst es gerne auch nochmal aussprechen, dann machen wir hier einen Trenner drauf. Guats oder Klump. So, Klump. Okay. Hände, Fickerscheiß, direkt da. Go ahead, Herr Beklung. Hände, Fickerscheiß, direkt da. Also, die Spielregeln. Zuhören jetzt. Spielregeln. Ich lese drei Fakten vor. Ja. Und nach jedem Fakt entscheidet ihr euch beide, ist der richtig oder falsch. Ja. Okay. Und dann guckt mal, entweder es gibt einen Gleichstand, da gibt es eine Schätzfrage oder es gibt einen Gewinner. Okay. So, Sache, Schätzchen. Also. Also, lest du jetzt drei Sachen vor oder eins nach dem anderen? Eins nach dem anderen. Okay. Guats oder Klump. Matrix 4 wird gerade in den Filmstudios Babelsberg gedreht. Richtig oder falsch? Falsch. Klump. Falsch. Klump. Ihr sagt beide falsch? Ja. Ist richtig. Wird gerade dort gedreht. Ja. Gab es ein Posting von den Filmstudios Babelsberg mit einer Liste von Filmen, die gerade dort gedreht wären. Waren noch andere Sachen dabei? Folgt den Filmstudios Babelsberg auf Instagram. Beide null Punkte. Wir machen weiter. Meghan Markle ist durch ihre Hochzeit Mitglied der royalen Familie. Dürfte bekannt sein, oder? Ja. Bekannt geworden ist sie durch die TV-Serie Suits. Wer sie teilweise nackt auf der Leinwand sehen möchte, kann einen ihrer ersten Filme, A Lot Like Love, schauen. Richtig oder falsch? Falsch. Richtig. Gut. Es ist falsch. Kate hat einen Punkt. Ah! Chris hat null. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem letzten. Chris, jetzt. Achtung. Ist egal, ich google nach dem Film, ist mir wurscht. Ja, das wird schwer. Ja, also pass auf, Star Wars, ja? Sicheres Terran für die Frauen. Oh nein! Also, anstatt Ewoks sollten eigentlich Wookies den Planeten bevölkern. Man fand aber nicht genügend erwachsene Darsteller, sodass man aus den Kostümen kleinere für Kinder gemacht hat. So entstanden die Ewoks. Richtig oder falsch? Falsch. 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 Ähm, es ist richtig. Ach, was? Oh, come on! Also, Kate hat einen Punkt. Halt's Maul! Ja. Aber. Habe ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Braucht gar keine Schätzfrage. Das war die Rubrik. Was wäre denn die Schätzfrage gewesen? Kurz oder Klump? Die werde ich wohl kaum sagen, oder? Finde ich sehr schön. Ich möchte die Stichfrage auch hören. Nein. Doch! Das wäre jetzt was, wo man am nächsten dran sein muss oder so. Das brauche ich vielleicht nochmal. Also, ich möchte sagen, dass diese Rätsel... Ich habe eine riesen Auswahl an Schätzfragen hier. Ich finde diese Rätselvariante oder diese Rätselrubrik sehr gut. Das können wir gerne öfter spielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, du darfst es beim nächsten Mal gleich machen. Du bist nämlich dran. Ja. Super. Dann mache ich auch sowas in der Art. Das finde ich gut. Kurz oder Klump? Folge 1. Kurz oder Klump? Kate ist die erste Siegerin dieser neuen Rubrik. Und wir gehen in den Bereich. Und Chris hat wieder was gelernt über das Thema Star Wars. Ja, super. Music. Weil ich einmal im Flow bin. Am Freitagabend hat David Gray einen Livestream gemacht. Er hat da neue Songs aus seiner neuen CD Skellig vorgestellt, die er natürlich leider nicht live promoten darf wegen Corona. Und ein Song hat mir besonders gefallen. Der heißt Heart and Soul. Und den packe ich auf die Spotify-Playlist. Ja, nächstes. 1, Chris. Ich habe einen meiner All-Time-Favorite-Songs heute mal rausgesucht und setze den drauf von Puddle of Mud, She Hates Me. Den kenne ich. Ich habe vor kurzem, irgendwann im Laufe der Woche, den Podcast, wunderbaren Podcast. Halt jetzt, wenn ich klappe, ich rede. Den wunderbaren Podcast Alliteration am Arsch gehört. Und da hatten die beiden Lieben es von The Greatest Showman. Und da ist mir eingefallen, dass da ein Lied drin ist, das ich sehr, sehr liebe. Und ich den ganzen Tag dann keinen anderen Song mehr gehört habe als diesen. Und zwar ist das von Keala Settle, This Is Me. Ah ja. Genau. Schand über mein Haupt. Die haben das ja von uns abgeguckt mit diesen Playlisten hier. Das ist ja eine saure. Das ist ja schlimm, ey. Also, bei uns gibt es Kinocast-Songs auf Spotify. Da packe ich jetzt die drei Sachen auch drauf. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann könnt ihr gerne abonnieren diese Playlist. Da habt ihr eine bunte Mischung aus allen unseren Geschmäckern. Und falls ihr noch nicht genug habt an Musik hören, ich habe was Cooles entdeckt, ist vielleicht auch was für das Thema Homeoffice. Ihr könnt ja auch mal, ich habe hier unten den Link drin, der heißt driveandlisten.herokuapp.com. Das ist aber eine Webseite. Und wenn man die aufmacht, startet erst mal so ein Bild, wo man sieht, wie ein Auto irgendwo langfährt. Und es funktioniert einfach so, man sieht, wie ein Auto durch eine bestimmte Stadt fährt. Und rechts oben hat man die Möglichkeit, die Radiosender der jeweiligen Stadt zu hören. Und zwar die Livestreams. Also das, was jetzt gerade dort gespielt wird, ja. Und da gibt es diverse Städte von Amsterdam hier, A wie Amsterdam bis Z wie Zürich. Ist natürlich Paris dabei und was nicht alles. Dublin. Ich bin letztens hier durch Dublin durchgefahren, habe da die Radiosender gehört. Ich fand es voll cool. Kann man schön nebenbei laufen lassen. Man sieht da so die Straßen. Habt ihr es gerade laufen irgendwie? Nö. Habt ihr mal geklickt? Ja, in der Tat. Nö. Also gibt es hier, was weiß ich, New York City. Es ist halt schön chillig. Man lässt das hier laufen, das Auto fährt und man hört das Radio aus dem Auto. Man kann auch Straßengeräusche mit einblenden. Dann ist es halt echt so, als würde man gerade irgendwo rumfahren. Mir hat es Spaß gemacht, die App. Ich habe die ja jetzt gerne mal laufen. Ich werde es mal mit verlinken in den Shownotes. Was es nicht alles gibt, Telekomie? Ich habe ganz vergessen, was zu erzählen. Tja, jetzt ist es vorbei. Vielen Dank fürs Mitmachen. Nee, ist wichtig. Muss es hier noch rein oder reicht es fürs nächste Mal? Ich kann es auch nächste Woche erzählen. Oh, dann müssen wir jetzt mal eine kleine Rampe für das nächste Mal. Ich muss ein bisschen anteasern jetzt. Was kommt da? Was können sich unsere Hörer freuen? Es geht um Ready Player One. Oh, jetzt große Enthüllung nächste Woche. Ihr müsst abonnieren, die Glocke klicken und alles weiterempfehlen. Nächste Woche dann gibt es von Kate. Ready Player One. Oder es gibt zurück in ein gestimmtes Kapitel, weil da kommt die Lösung. Oder so. Also, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer fürs Zuhören. Ja, tobt euch in den Kommentaren aus. Teilt die Folge. Lasst mal wieder eine Rezension bei iTunes da. Da hat man lange nichts. Das ist immer wichtig, dass man da ein bisschen nach oben gespült wird in den Charts. Und ja, dann seht zu, dass ihr gesund bleibt. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Macht es gut. Tschüssi. Tschüssi. Bis bald im Kinocast. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.